Guten Abend miteinander. Jedem liegt das eigene Hemd am nahesten, sagt man. Aber einkaufen das dann doch meistens die Frau, wie man weiss. Und was liegt eigentlich näher, als die Herren Hemper bei Coop einzukaufen? Dort, wo man alles bekommt, was man täglich braucht. So denkt in der Schweiz jede dritte Frau und nimmt bei ihrem Lebensmitteleinkauf gerade noch eine so angenehme Überraschung für den Mann mit Hause. Coop ist eben nicht nur ihre Spezialist für Lebensmittel, sondern bringt auch bei Haushalt und Bekleidungsangebot Leistungen, die ihr Vertrauen verdienen. Dann bei Coop besorgen geschulte Fachleute Reinkauf mit der Beratung von Modespezialisten in Paris. Darum können sie sicher sein. Ein Hemd von Coop ist in Schnitt und dessen immer modisch aktuell. Wie dieses Modell hier. Mit Hemden von Coop ist man überall gut angezogen. Die Fussball-Fan da sind ganz begeistert. Coop-Hemper sind angenehm zu tragen. Und Pflegeleicht. Aus Baumwolle und Polyester. Mit einer praktischen Brusttasche. Achtet Sie auf diese Plakate an den Coop-Center und Coop-Warenhäusern. Überall, wo diese hängen, gibt es die Hemper zu unglaublich günstigen Preisen. Aber jetzt noch etwas Praktisches für uns Frauen. Strumpfhose. Bei Coop gibt es für jeden Wunsch die richtige Strumpfhose. Die Avela Boni hat einen verstärkten Slip mit Spickel. Die Avela Ideal einen Slip ohne Naht. Die Avela Sibyl einen breiten Spickel. Und für Frauen, die viel auf den Beinen sind, gibt es die Avela Bellform Stützstrumpfhose. Die Strumpfhose gibt es jetzt bei Coop zu Schlagerpreisen. Überall dort, wo dieses Plakat hängt. Auf Wiedersehen miteinander. Bis am nächsten Mittwoch. Und die gleiche Zeit. Jetzt gibt es bei Coop elegante und sportliche Hemper für nur 13.90 Franken. 19.90 Franken und 22 Franken. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 kg Meteor-Vitamin-Reis statt 3,90, nur 3,20. 1 kg Ovomaltine statt 9,95, nur 9,30. Und 1 kg Sushar Express statt 7,70, nur 6,60. 3 Pazifik-Säuferne kosten nur 2,30. 3 Lux nur 2,20. Und 3 Rexona nur 1,90. 3 Dosen Ananas Mondial statt 2,40, nur 1,90. Die drei verschiedenen Kuchen, Blätter und Pizzateig gibt es jetzt bei Coop 20 rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 450 Gramm Russenzopf statt 2,90, nur 2,50. 1 kg Velenberg-Zwetschgen nur 1,60. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.